Herzlich Willkommen bei der Spitex Oberes Borblenthal. In den Gemeinden Städtlen, Fächigen und Worb bieten wir ambulante und Krankenkassen anerkannte Pflege an, sowie viele weitere Dienstleistungen für den Alltag. Unsere 70 gut ausgebildeten und erfahrenen Fachpersonen und Lernenden pflegen, behandeln und begleiten sie und fördern so Lebensqualität, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Im Notfall erreichen sie uns rund um die Uhr. Wir unterstützen sie auch im Haushalt, wir bieten einen täglichen Mahlzeitendienst und einen Fahrdienst an. Haben sie Fragen, so rufen sie uns an. Amen. Amen. Amen.